Da tu mir wieder das Hacken hier, Vorwürfs. Vorwürfs? Das ist ne Tatsache. Ich find's schön, dass du mein Skill so anerkennst. So. Oh ja. Mhm. Von all den Karten, die man so löschen kann, bannen kann, ja. Mhm. Ich hoffe, wir kriegen Kaffee. Kaffee ist cool. Ja. Ja, die können wir da andere bannen können, weil das die Emerald-Bannen war irgendwie klar, ne? Aber eben schön auf die Fresse gekriegt. Egal. Da war ich auch noch nicht dabei. Das stimmt. Und es war auch nicht ranken, ne? Ne. Zwei Gründe, dass es diesmal noch viel schlimmer wird. Ja. Ist die alle noch ein bisschen mehr sweaty unterwegs hier. So. Äh. Lullullullu. Genau das war ein Thatcher mal drin, dann können wir den natürlich auch benutzen, wenn es hart auf hart kommt. Dann haben wir ja schon gewonnen. Ja easy, weil Thatcher ist ja OP. Ja. ja ich voll voll wie lange die doch für den thatcher rework brauchen das ist auch geil das kam aus dem prinzip noch kamera angeklickt wahrscheinlich erst mal oben piano und so ne dann immer piano oder die piano billiard oder oder hier die ip und schlacht es kann ich wie ein kino kino schatz machen ja ich glaube die geisel grundschreiben meist ja die geiseln mit der rund couch ob die doch immer nach dem kreis der einzige spot der variieren kann es in der küche da kann ich halt direkt vom fenster sitzen oder hinterm regal wird sich nach billiard und das ist noch mal besser durchschließen kann muss man ja einfach mal neidlos anerkennen an der stelle ich habe zwei schilder zum tür hin zwei schilder ganz schnell weg und vorsichterst links an der tür ist ein jäger ding ich hab zwei frosthallen weggeholt links hinter dem dings ist nichts aber die haben ein loch zum treppenhaus und hinter der bar selber ist gerade auch keiner ist auf die löcher zu bild aufgemacht durchgelöchert also hinter der bar ist keiner wenn du durch das loch richtung billiard ist nur einer durch boden puls durch den boden der ist unten in sunrise weit gelaufen ist nicht der diffuser mitten im raum da hängt der fülle der hängt von billiard sehr gut dabei glaube ich na dann kam aquarium ein scheiß wenn ich hier reingehe ich werde direkt der goal vom puls nach schön die ganze gewesen an gerät unten aufmacht du kannst aber über die treppe reingehen kannst durch sprinten bis beher das hat bei mir gut funktioniert 54 sekunden leute und tatschanka ist hier am gelben ping jetzt am billiardtisch der war im treppenhaus auf der treppe links finnie war einer dadurch das loch den der letzte ist im aquarium jetzt im aquarium hier genau dafür ist immer noch hier ich dachte auf der seite hinter der bar das habe ich auch nicht das hat man nicht gesehen der lach vor der fahrgabe das war so knapp ja ja das land der 10 immer geschafft hat wer zu wenig zu knapp geworden ja ich schon mal das war auch ich idiote das plane der gehört das ist jetzt sowieso nicht so eine scheiße alter schießt er mich durch den boden weg der puls das ist so eher los aber effektiv ja trotzdem eher los krieg kennt keine ehre das ist so gut der putin an das wird also jeder nämlich jetzt ohne ehrenhaft tötest aber jetzt und putin also also ich puls ist und putin die alten händchen aber das ist jetzt wieder die wänder laufen ja aber die sind nicht noch mal da die sind immer penthouse ja noch vorhin die haben die wände von rund kautschrauben zum dings aufgemacht das ist ein schlafzimmer ja ja alle dabei haben wir der puls ist schon ok Okay. Dieses alle Wände aufmachen, das ist so anstrengend, ne? Haha, Fensterpeakpenner. Der Claimer an die... Fuck, hier sind... Alter, 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 Alter. Ich hab ne Claimer an die Hooker-Bar gehängt. Okay, hier ist gemutet die Wand, sonst könnte ich so aufmachen. Warte, warte, ich... Das ist die Cameback, ja, das ist schon weg. Ich komm zu dir hoch. Was? Versuch's mal hier ganz am Rand und dann relativ hoch. Ne. Nicht mit meinem Ei, sondern... Naja. Hahahaha! Hahahaha! Achso, ich hab's frei. Kann ich reinkommen, oder? Ja! Stell noch ne Claimer hin? Ich stell's hier in die Ecke. Ne, kann ich ja gar nicht, muss ja weiter. Ja, ja, du musst schon hier rein. Schlafzimmer. Die Todesäcke allein hinten. Boah! Ich bin blind. Was war das da? Sehr schön. Oh, ich bin aus dem Bett gefallen. Hier war so viel Lärm. Oh, ich lieg' hier aufm Boden. Sowas. Ich hab' die angepoltert. Hören. Kommen, hören. Ja. Puh. Ach, ja. Wahrscheinlich sind sie noch mal da, ne? Könnte sein. Ach, ja. Ach, ne? Das ist so dumm, die Wand da aufzumachen, ne? Ja. Ja, vor allem, wenn du da schon die Wand aufmachst, dann musst du halt auch den Rundcouchraum aufs Blut verteidigen, ne? Und dann nicht einfach den Raum freilassen. Ja. Ach, ist egal. Das heißt, Valkyrie links rum im Gang und dann kamen die Elber von rechts rum rum. Und dann war's das halt. Ich hab' nur gehofft, dass jetzt keiner am roten Gang ist, also da hab' ich gar nicht reingeguckt. Auf einmal höre ich Schritte hinter mir. Ich wechsel auf Puls, äh, Fuse, dann kann ich von oben durchfusen. Ich wechsel auf Puls, ey, schäm's nicht überhaupt nicht, ne? Das ist auch so geil, ich bin im Swing Crew gesporn vorhin und da war natürlich einer am Nuttenfenster, ne? Klar. Aber da hab ich natürlich das dickere Magazin, einfach immer weiter Salven raushauen. Irgendwann kommt er und er kam. Ach, deswegen war das auch das Fenster. 5 Sekunden. Puh. Oh, hier hat mich jemand weggenommen. Oben im Rundcouchraum. Im letzten Moment. Da ist jemand. Ist da noch mal einer am Fenster oben? Ne, ist man nicht. Ist da noch mal einer am Fenster oben? Da ist ja einer. Thorn, also passt auf, hier sind irgendwo Thorn da drin. Ja, innen am Fenster, vielleicht krieg ich das in der Ladung. Ich hab mal die Wand. Ich hab der Razor oben zur Stelle am Fenster. In der Küche ist grad keiner. Ah doch, im Durchgang zur Küche. Vom Bad aus. Ähm, Mira. Sohles sucht mich hier noch. Die ist noch hier oben irgendwo im Gang. Oh, die ist im roten Gang. Ach, er. Ja klar. Wenn ich da eine Decke nicht plante in deinem Fenster. Aber Sohles ist über dir, Hörf. Boah, hat Schankhaus gegangen? Auf der Ried hab ich. Ich steck hinten die Tür. Scheiße, ich bin erwischt. Hat mich. Kannst du ein paar Candelas werfen? Nice. Oh, ich hab einen gedauert. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Das war Solis. Die gedauert war. Ah, sehr schön. Deshalb hat das auch funktioniert mit dem Planten. Ja, weil Solis hat das durch die Decke gesehen und die war direkt über dir. Eben, eben. Ich hab die Wand zum Innenhof hin. Geil. Boah, das war so knapp. In dem Moment, wo das Planten abgeschlossen war, bist du ja losgerannt. Genau. In dem Moment kam Kaid um die Ecke. Genau in dem Moment. Das ist wie neulich, wo ich Monty war und der Igel. in dem ist. Einfach blindes Vertrauen, das funktioniert. Ja, ja. Einfach gar nicht, gar nicht nachdenken. Oh fuck, die Tür wollte ich gar nicht versterben. Scheiße. Die Position gewechselt. Wenn man zurückziehen. Ja, ja. So schlimm sind nicht. Das ist die Treppenhaus. Da kommt auch wenig selber noch hoch. Das ist auch gar nicht so schlecht. So macht man die Wand auf. So macht man das. So wie die Amateure. Teufelbremer. Sehr gut. Zwei Razorblooms sind im, oh. Zwei Razorblooms sind im, äh, Hooker. Ich hab meinen VIP noch zwei hin hochgezogen, ne? Sind der bei dir auf dem Balkon, Kona? Ich bin hier im Aquarium. Ne, 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 ist alles, Tür ist zu, alles ruhig. Okay. Bluba kommt, glaube ich. Hm, der Hacker ist unten. Wo? Bluba irgendwo. Einer hat sich reingeschwengelt. Im Billard, glaube ich. Ein Billard-Schwingel, hab ich? Da ist noch einer am Billardtisch. Da hab ich gerade ein Seil gesehen. Draußen am Fenster. Ja, hier war einer. In der Küche. Ich hab ihn leider nur angehettet. Loading back! Im Fenster ist immer noch einer. Ja, aber der kann er ja, so lange er nicht reinkommt. Hab ich? Ich sag's ja nur, ich sag's ja nur. Einer war drinnen, den hatte ich deswegen. Okay, okay. Ich weiß übrigens nicht, ob der einen Diffuser hatte. Das konnte ich nicht mehr sehen, das ging zu schnell. Oh ne, die Launchbox liegt bei mir. Mats, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Wo bist denn du? Sunrise. Liegt auf der Theke, die Launchbox. Sehr gut. Und wo ist denn meine Kapkanschwebe reingeraufen? Shoot hier, shoot hier, Frost. Shoot, 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 bro. Was labert der? Shoot hier, sagt er. Is on a bomb site already. Ist doch egal. Hat der einen Diffuser nicht. Okay, ihr seid da im Dings. Time expires in 10 seconds. 5 seconds made. Roger, Roger. Flindes Vertrauen. Wie der Gunnar schon sagte. Wir waren da nämlich gepinkt. Also ich zumindest. Ich dachte, ich mach einfach mal weiter. Vielleicht verlockt den das ja rein zu rennen. Sehr schön. Sehr schön. Gemeinsam Pull Dance da nicht stören, deswegen hab ich dir draußen erschossen. Das ist voll lieb von dir. Das ist voll lieb von dir. Das ist unsere Zweisamkeit. Wenn du dich da auch von Abbewegungen einfach nicht stören möchtest. Ähm. Oh, einmal. Ah shit. Alter, was? Was? Äh. Smoke, was geht mit dir? Was geiler Skin ist das? Was? Sorry. Das sieht aus wie so ne, so ne, so ne. Bizarro Version von Remy, von Ratatouille. Weißt du? Sehr bizarr. Wir planten ja hier immer gerne das an Bett, da leg ich halt mal ne Razor Blumen. Mhm. Da warten sie noch gerne hier drück am Fenster, ne? Da würde ich auch gerne mal mehr planten. Nice. ich kann ja mal so die außen und ist gestärkt hier schießen so rein keine fallen gestellt damit geseilt die innenhof fenster mal zu geholzt hier im aquarium ist eine kamera wegholt wurden weil das system verschissen scheiße hier wird getrohnt hätten wir am balkon war jemand und habe ich aber getötet ich sehe momentan und das gang oder dachluke minibad ich bin mir nicht sicher flöres ist das wo der die wand aufgespringt von dem er ist anscheinend und raum denke ich oder ja 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 dann haben wir ohne von der laufen bekommen kann man den peru bitte deswegen briefing melden habe ich gerade angeschossen und zwar mit absicht steht die bank vor mir der hat mich mit voller absicht angeschossen und hat dann getebackt und ja ich wollte dich wegen schiepen melden so wie grieffing das ist sich du und so aber ich fühle carrie tier digger es war auch geil ich hab da ich hab da zwitsch weggenommen was war eben twitch doki war nur drei leute ich hab kein vk gemacht hätte mir jetzt mein es geklaut hätte ich noch mal noch mal melden müssen im replay bronze 2 ist wieder mehr punkte richtationen davor ganz merkwürdig ja wie die bepumpen ist auch so eine frage das haben sie es auch irgendwie mal jetzt haben sie auch nie irgendwie gut da könnte man ja verstehen was da passiert hey alphapink nice ja ich hab auch eins